Der Ort der Aktion wurde erst kurz vorher bekannt gegeben. Die Demonstranten hatten Angst, die Polizei könnte ihre Pläne durchkreuzen. Blockade einer Aldi-Filiale in Ottensen. Aus Sorge darüber, dass immer weniger Konzerne einen immer größeren Teil des weltweiten Handels mit Lebensmitteln kontrollieren und so Bauern und Konsumenten ihre Bedingungen diktieren. Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen, weder von Aldi noch von der Politik. Was Aldi, Liga und die Discounter zuletzt bei der Milchliste reingeboten haben, das ist modernes Raubritter- und Freibeutertum. Sommer 09. Alles hat damit begonnen, dass Aldi den Milchpreis drastisch senkt. Die anderen Discounter ziehen nach. Milchbäuerinnen, Hungerstreiken vom Bundeskanzlerinnenamt in Berlin, Kühe müssen notgeschlachtet werden. Vorm Aldi wacht der ehrwürdige Roland mit scharfem Schwert über die Marktgerechtigkeit. Komm heiliger Geist, komm heiliger Geist, komm heiliger Geist, in unsere Sorgen und Nöte. Komm heiliger Geist, komm heiliger Geist. Das hat der Spielbodenplatz im Herzen von Hamburgs Rotlichtviertel noch nicht erlebt. Das hat die Arbeiterbewegung in 100 Jahren noch nicht gesehen. Ein katholischer Bischof als erster Mai-Redner. Jemand sagte, naja, wenn in Hamburg schwarz und grün zusammengehen, dann können doch auch Kirche und Gewerkschaft zusammengehen. Und besonders interessant fand ich die Aussage, es wird ja auch Zeit, dass die Kirchen endlich den Himmel verabschieden und sich um die Erde kümmern. Meine Damen und Herren, ich fand diese Aussage deshalb so interessant, weil sie grundverkehrt ist. Denn Himmel und Erde, die gehören zusammen. Wir sind nicht hier, um die Verbrüderung von Kirchen und Gewerkschaften zu dokumentieren. Wir sind hier zu einem Interview verabredet in Sachen eines heißen Eisens. Es geht um den Kampf um würdige Arbeitsbedingungen beim Discounter Aldi. Die Fernsehleute haben ihre Übertragungskabel schon gekappt und so stehen wir allein hier am Tag der Arbeit mit einem Kammcorder. Hier am 1. Mai in Hamburg sind ganz viele Verkäuferinnen und Verkäufer dabei. Da gibt es auch Leute, die bei Discountern arbeiten und vor allem die haben natürlich gute Gründe, zu sagen, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen. Es ist in den meisten Filialen so, dass es chronisch unterbesetzt ist, dass die Leute in Teilzeit arbeiten. Dass die oft ja alleine auch an den Kassen arbeiten müssen, die Regale einräumen müssen. Und sie arbeiten oft genug ohne Betriebsräte, das heißt ohne echte Arbeitnehmervertretung. Aldi erlaubt keine Filmarbeiten. Machen Sie die Kamera bitte aus. Ich muss die Kamera nicht ausmachen. Verladen, hier wird nicht gefilmt. Ganz einfach. Ja, ich darf hier stehen. Das ist ja öffentlicher Grund. Das ja, das nein. Ab hier bis hier, wenn Sie filmen, aber da nicht mehr. Wir haben geschossen, danke. Ich möchte bitte nicht, dass hier gefilmt wird. Ist das so schwer zu verstehen? Dann rufen Sie bitte bei mir in der Zentrale an. Rufen Sie an, fragen Sie, ob Sie hier filmen dürfen. Ich muss euch dann da anrufen. Ja, hier. Bei meinem Bezirksleiter können Sie anrufen. Oder gerne bei uns in der Zentrale dürfen Sie anrufen. Fragen Sie, ob Sie dann eine Filmerlaubnis kriegen. Ansonsten möchte ich es ja bitte nicht. Unser Drehversuch verläuft wie ein Umtauschwunsch nach Feierabend. Gern würden wir die Geschichte des ganzen Aldi-Konzerns erzählen, doch wie durchbrechen wir die Mauer des Schweigens, welche die Mutter aller Discounter um sich errichtet hat? So bleibt die Geschichte, wie so vieles bei Aldi an den Kassiererinnen hängen. Wir wollen uns nachfragen hier nach der Geschichte des Ladens. Dafür habe ich im Moment keine Zeit. Das verstehen Sie sicher. Hallo. Ich habe da meine Einkäufe getätigt und habe dann ein großes Plakat gesehen, Hausfrauen gesucht. Täglich oder wöchentlich, stundenweise. Und da habe ich mich dann beworben beim Aldi. Sobald man irgendwie den Mund aufmacht und seine Rechte in Anspruch nehmen will, die ja schwarz auf weiß existieren, wird man unbequem und dann wird sich da irgendwie was ausgedacht, um ein loszuwerden. Drei Aldi-Kassiererinnen. Eine, die gerne bei Aldi arbeitet, eine, die im Frieden und eine, die im Zorn gegangen ist. Über sie kommen wir in Kontakt mit den Autoren des Schwarzbuch Aldi, ein geheimnisvolles Kollektiv, das sich vorgenommen hat, den Aldi-Konzern unter die Lupe zu nehmen. Das Schwarzbuch Aldi soll im Grunde genommen aufzeigen, dass dieser schmucke Konzern, der ja bei Käufern und bei der Bevölkerung im Allgemeinen ein hohes Image hat, angeblich auch wegen der tollen Bezahlung, eigentlich genau das Gegenteil praktiziert. Dass also sehr viel Arbeitszeit einfach unbezahlt entgegengenommen wird und die Milliarden der Brüder Theo und Karl Albrecht ihren Reichtum dadurch haben, weil Menschen unbezahlte Arbeit leisten. Aldi ist nach wie vor Kult. Er hat eine große Akzeptanz bei vielen Konsumenten, die eigentlich gar nicht wissen, was sich hinter den Kulissen abspielt. Und wenn wir durch so ein Aldi-Schwarzbuch aufdecken, wie die Warenverhältnisse sind, könnten wir ein bisschen Aufklärung, ein bisschen kritisches Bewusstsein unter den Konsumenten leisten, erzeugen. Die Schwarzbuch-Aldi-Autoren wollen den Konzern Bläsern machen, die Arbeitsbedingungen bei Aldi erforschen und dann ein Buch über Aldis Schattenseiten schreiben. Aber es ist halt eine Systematik dahinter, dass sie Stunden abschöpfen, die im Grunde genommen weit über das hinausgehen, was als Bezahlung für die außertariflichen Leistungen richtig ausreichend wäre. Das heißt, das zu propagieren und sauber auszuarbeiten, wäre dann auch ein Stück weit weg mit dem Mythos Aldi. Das Rechercheteam Schwarzbuch-Aldi hat sich vorerst in Klausur zurückgezogen. Drei gegen Aldi, einer für das Aldi-Prinzip. Dieter Brandes, ehemaliges Aldi-Vorstandsmitglied. Während die Schwarzbuch-Autoren recherchieren, ist er mit seinem aktuellen Buch Aldi-Diät für Deutschland unterwegs. Kein Kochbuch, eher Politik. Die Ät heißt nämlich, das kommt von den Griechen, die Ät, und das heißt, gesunde und vernunftgemäße Lebensweise. Und da habe ich gedacht, das passt zum Staat. Ja, richtig. Der soll auch mal vernunftgemäß arbeiten. Das macht ja nicht. Nein, nein, aber weil die Feiner mit auf die Straße begibt und was gegen tut. Richtig. Es müsste mal wirklich jeder machen. Gucken Sie England, gucken Sie Frankreich, die stehen da, die treten für ihre Sachen. Aber da brennen auch die Straßen. Hier ist jeder zufrieden, wenn er was zu essen hat und wenn er noch eine Wohnung hat. Aus, Pause, Entschuldigung. Das kann mir auch nur hier oder Lidl leisten. Ja, und es geht hier um Rezepte für eine einfache Politik. Und bei einfach ging ich davon aus, man muss mehr drüber nachdenken, was ist wichtig und sich darum kümmern. Und dann kann man vieles andere weglassen. Und dann ist es einfacher, ne? Aldi lässt ja auch vieles weg. Nun ist ja der Gedanke hier, dass man diese Erfolgsprinzipien oder wie man ein so großes Unternehmen wirklich gut führt, ob man die nicht übertragen kann auf den Staat. Die Führung des Unternehmens, ne? Das versuchen Sie, oder? Es wird nur noch kassiert, ne? Der an der Kasse, Regale muss man sich selber reinstellen und ausräumen, ne? Ja. Und irgendwie... Sie meinen das im Staat auch so, ne? Ja, also ich denke, das ist ja letztendlich das, was die Gesellschaft versucht. Das Maximum an Gewinn rauszupressen. Ja. Koste ist was, egal, wie die Kosten hinterher aussehen. Und was bezahlt, oder? Ja. Na, Aldi-Partei. Ja, Aldi-Partei. Ja, genau. Wenn wir wirklich das Puglichste rausziehen und das Unwichtige erstmal weglassen. Das Unwichtige weglassen, ja. Sich nur auf die Hauptsachen spezialisieren. Ja. Und gute Qualität, ne? Richtig. Oder? Ja, und wir zahlen ja auch echtes Geld dafür. Und arbeiten und prügelen. Na. Ja. Das wäre vielleicht noch was. Das ist... Ob wir den Theo noch animieren können dafür? Der ist ja jetzt 85. Der hat ja eh noch genug Geld. Also, die interessieren uns... Na, ich meine so als Vorsitzenden, ne? Ah ja. Das wäre... Ehrenvorsitzender. Ja, Ehren, genau. Das ist der Ehrenvorsitzender. Okay, dann sage ich noch schönen guten Tag. Ja, bitte. Und wünsche Ihnen auch... Alles Gute. Also, Ihr Vorschlag ist gut? Jo, Vorschlag ist gut, jo. 50 Jahre Aldi, wird denn das groß gefeiert? Äh, das wird mit Sicherheit nicht gefeiert. Äh, das Datum ist auch nicht ganz klar. Und, äh, Aldi tut das, was sinnvoll ist. Und sowas muss man nicht unbedingt feiern. Das machen die nicht. Und in 50 Jahren, wie lange waren Sie denn dabei? Ich war 14. 14 Jahre bei Aldi, ja. Und, äh, es war ganz schön, äh, ich passte zu dem Unternehmen. Ich bin einfach ein Hamburger Butcher. Und, äh, das Unternehmen passte auch zu mir. So, und das ist immer ganz schön, wenn so eine Harmonie da ist, ne? Dieter Brandes war Bezirksleiter von Aldi Schleswig-Holstein, bevor er in den Verwaltungsrat nach Essen berufen und zu Theo Albrechts rechter Hand wurde. Kurz vor acht. Der Laden auf St. Pauli gehört zu Aldi Schleswig-Holstein und wird von dort abkassiert. Und, wonach stehen Sie hier an? Was denn? Wonach stehen Sie hier an? Ja, was man so braucht, ne? Essen, Trinken. Das ist normalen Alltagsbedarf. Nichts Besonderes mehr. Nee, nicht Besonderes. Du musst aus der Uni, ja. Nachmittags wenig Zeit. Deswegen muss ich Feuer noch schnell einkaufen. Naja, das hier müssen wir natürlich schon, ne? Der Lidl hat man viel gehört. Und Sie kümmern sich hier um den Aldi Müll? Um Aldi. So, jetzt habe ich auch keine Zeit. Gleich kommt Wagen. Unsere Bitte um Drehgenehmigung hat die Firma Aldi leider abschlägig beschieden. Und so bleibt uns nichts, als uns in der klirrenden Kälte eines St. Paulianer Wintermorgens vor der Filiale umzusehen. Der Blick fällt, vielleicht etwas ungünstig für das Unternehmen, auf den Müll vor der Filiale. So spart Aldi die Müllgebühr. Vielleicht sind es solche Geizgeschichten, die der Albrecht-Familie den größten Reichtum einbringen. Ich bin vom NDR. Achso, das stimmt. Ja. Thema Aldi. Ja. Was ist denn das alles für Müll hier? Flaschen, Müll. Und der Wagen hält gleich mit. Was ist denn das für ein Sender? NDR. Drei? Ja. Und wann kommt das? Da kann ich Ihnen Bescheid sagen. Wann sind Sie denn hier fest beschäftigt? Ich bin jeden Tag hier. Morgens und nachmittags. Und ist das ein extra Job bei Aldi, sich um den Müll zu kümmern? Nein, ich habe noch eine wahre Eintracht. Gut. Im Gegensatz zu anderen Discountern, die ihre überzählige Ware mülltätigen Organisationen und Tafeln spenden, wandern Aldis Restwaren tatsächlich auf den Müll. Müll wird mit dem Lieferauto abtransportiert, das mit der gleichen Fuhre die Lebensmittel für weitere Filialen auf der Tour mitbringt. Aldi spart so an der Müllabfuhr, wo diese recht teuer ist. Die anderen Discounter machen das Aldi wie vieles andere längst nach. Und wofür wäre das? Für den NDR ist das. Ja. Wie geht das denn bei Aldi mit dem Müll? Müssen Sie denn immer den Müll auch mitnehmen wieder beim Laden? Wenn Sie im Sommer unterwegs sind, stinkt es hinten auf der Ladefläche oft erbärmlich. Wir haben ja hier sozusagen andererseits den Müll, andererseits die Ware. Ich muss auch, ja, nehmen bei uns sowas mit und wenn ich so halb leer bin, ja. Die Lebensmittelhygieneverordnung sieht eigentlich eine getrennte Beförderung vor. Nach den Erfolgen von Aldi begannen Handelskonzerne das Konzept abzuwandeln oder eiskalt zu kopieren. Penny, Plus, Netto, Norma, Lidl und Schlecker taten schon bald nichts anderes als die Aldi-Brüder. Schärfster Konkurrent von Aldi wurde Walmart. Mit flotten Parolen waren die Amis in Deutschland gegen Aldi angetreten. Gestern war in der Bild-Zeitung ein Artikel darüber, dass wir sogar den Aldi in den Standardlebensmitteln geschlagen haben. Ihr kennt unsere Produktreihe Smartpreis, wir haben uns schon drüber unterhalten. Die Haarmilch, ein Pfennig billiger als Aldi, das finde ich eine ganz tolle Sache. So finden wir uns dann auch positiv in der Presse wieder. Mit riesen Verlusten zog sich der US-amerikanische Walmart-Konzern vom deutschen Markt wieder zurück. Was haben die Amis nur falsch gemacht? Gegen Aldis Prinzip der Einfachheit kamen sie nicht an. Wir sind immer noch Walmart, also bis nächste Woche. Was ist denn das eigentlich, dass Aldi gesiegt hat, wenn Walmart hier einpackt? Das kann ich leider nicht sagen. Das habe ich nicht zu sagen. Und was wird aus der Belegschaft? Da sind wir, will ich nicht sagen. Verschwiegene Discount-Welt. Aldi macht selbst aus seinen Erfolgen noch ein Geheimnis. Jedes dritte Glas Gurken wird bei Aldi eingekauft. Ich mache was her als Morre. Jede vierte Kondensmilch, jede fünfte Packung Waschmittel. So spekuliert man. Aldi ist nach Schätzungen sogar Spitzenreiter beim Toilettenpapier. Karl Albrecht hat den Süden der Republik unter sich, Theo Albrecht den Norden. Hauptunterschied, im Süden gibt es keine Betriebsräte. Sie haben da ganz klar gemacht, die Geschäftsleitung wünscht keinen Betriebsrat. 2002 oder 2003 wollten eine Reihe von Verkäuferinnen in München einen Betriebsrat bilden. Damals wurden von unserer Seite die Kolleginnen unterstützt, informiert. Wir haben auch die Initiative übernommen und haben dann zu einer Wahlversammlung eingeladen. Die Geschäftsleitung intervenierte, manipulierte die Abstimmung. Die mutigen Aldi-Mitarbeiterinnen waren gescheitert. Ich glaube, dass das eigentlich unser Recht ist und auch die Öffentlichkeit wirklich davon informiert sein muss, wie es so abläuft bei der Firma oder wenn man versucht, den Betriebsrat zu wählen, wenn man versucht, wirklich kämpft um einen Betriebsrat bei einer Firma, die sich schon seit Jahren dagegen wehrt. Yüci Erkidik war Aldi-Filialleiter in München. Nun arbeitet er beim Discounter A101 in Istanbul, einem türkischen Discounter nach dem Aldi-Prinzip. Yüci Erkidik hat die Kämpfe um die Aldi-Betriebsratswahl in München miterlebt. Wie sind denn Ihre Erfahrungen als Filialleiter in München in Bezug auf Betriebsratsarbeit gewesen? Der Betriebsrat war verboten. Bei Aldi war der Betriebsrat verboten. Und wenn jeder zum Betriebsrat gegangen ist, denke ich mir, eine oder andere, habe ich gehört, die sind ja rausgeschmissen worden. Paragraf 119 Betriebsverfassungsgesetz sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe für die Verhinderung oder Manipulierung von Betriebsratsarbeit vor. Zurück nach Deutschland. Ja, der klassische Streikbrecher kommt da. In Rade vorm Wald, im Reich von Aldi Nord, gibt es Betriebsräte. Ein Streik bei Aldi gegen die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Also hier befinden wir uns vor dem Zentrallager. Und zwar wird hier die Ware kommissioniert, die dann in die Verkaufsstellen ausgeliefert wird. Und auch die Verwaltung ist hier, Lohnbüro, Verwaltung, alles, was zur Erbwirkung gehört. Ich bin heute auf dem Tag, das ist ein Zufall, 20 Jahre im Unternehmen. Ich hatte also den Geschäftsführer und Personalverwalter gerade angesprochen nochmal, weil in unseren Läden krass gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen wird. Da wird also 13 Stunden durchgearbeitet, weil Personal fehlt. Weil wir mit Bingen und Brechen die Läden offen halten. Und er nimmt das nur zur Kenntnis. Ist sich wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass es auch strafbar sein kann, wenn man das vorsätzlich macht. Ich habe ihn jetzt unter Zeugen nochmal informiert. Ich mache das immer, jedes Mal. Als ich ihn vorgestern informiert hatte, abends, hat er plötzlich keine Funkverbindung mehr am Handy. Als ich ihm sagte, dass jemand mithört, dass ich auch Zeugen dabei habe. Ja, mal gucken, was passiert. Aldi hört mit. Im Streiklokal sitzen auch manche von der A und B, der Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Betriebsräte. Einer sogenannten gelben Anti-Gewerkschaft. Hallo, ich bin Frau Stock und ich bin Filialleiterin. Und wenn wir Filialleiter sind, die wissen sicherlich, wovon ich rede. Wir wären dermaßen unter Druck gesetzt. Das stört mich hier am meisten. Wir wären hingestellt, als wären wir faul und nicht flexibel. Janitz Stock war früher in der AUB, der Gewerkschaftskonkurrenz. Nun ist sie zu Verdi übergetreten. Ihre Kassiererin unterstützt sie. Ich bin bei der Frau Stock in der Filiale und ich hatte also letztens das Problem, wir waren zu einer Zweierbesetzung. Und die Schule rief an, mein Sohn hatte einen Unfall und musste zum Arzt. Dumm gelaufen. Wobei eigentlich ganz gut, es war gerade im Wechsel, also es kam gerade die dritte Person. Sodass ich mit der halben Stunde Verspätung dann in Darringhausen losfahren konnte. Mein Sohn geht in Rennstedt auf die Realschule und konnte da hin und konnte mein Kind abholen und zum Arzt bringen. Hatte, weil ich gerade Pause hatte, eine Dose Fischme aufgemacht und hatte diese vergessen in meiner Not, um mein Kind wegzuräumen. Frau Stock musste die auf Anweisung in meinen Spind stellen. Der Spind gilt selbst bei der Firma Aldi als Privatsphäre der Belegschaft. Also ich bin die Frau Spelter, auch Filialeiterin wie die Frau Stock. Seit ungefähr drei Jahren bin ich Filialeiterin in Bergesborg. Und ich verstehe die Diskussion der Stunden von euch überhaupt nicht. Keiner, der Filialeiter in Rade vorm Wald, hat in seinem Vertrag stehen, dass er eine Richtwerttabelle einzuhalten hat. Nein, in den Verträgen der Filialeiter steht, dass sie verantwortlich sind für den Personaleinsatz. Und als Beispiel, in meinem Umsatz oder bei meinem Umsatz von 80.000 im Monat darf ich 124 Stunden verbrauchen. Regelmäßig verbrauche ich zwischen 158 und 166 Stunden. Also ich finde mittlerweile, wird jeder Laden gegeneinander ausgespielt. Ja, damit spielen die Leute aus. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja das Grundprinzip. Wenn man sich, gerade bei unserem Unternehmen über 600 Mitarbeiter, wenn die sich alle verstehen würden, hätte der Arbeitgeber ja schwere Spiele gegen uns gegenüber. Und das ist das Beste, weil es gibt, Unruhe reinzubringen oder untereinander auch Zwietracht zu sehen. Ja, und Lügen erzählt und Intrigen. Also die AUB ist ja auch mal so entstanden, weil die Angestellten sich irgendwie bei den Gewerkschaften nicht vertreten fühlten. Der AUB-Erfinder vor einem Vierteljahrhundert. Aber sicher, wir haben auch unsere Probleme. Unser größtes Problem ist wohl, den Mitarbeitern bewusst zu machen, dass Betriebsrat nicht gleich Gewerkschaften ist. Während die Gewerkschaften ein breit gefächertes Aufgabengebiet haben, widmen wir uns vor allem vorrangig dem einzelnen Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz. Sie suggerieren, der Filialleiter ist was Besonderes und er muss jetzt in die AUB und dieser soll ja jetzt auch in der Verkaufsstelle alle mitziehen. Und dass die aber die ganzen Betriebsvereinbarungen verschlechtern, also für die Mitarbeiter, und im Grunde genommen eigentlich mehr für den Arbeitgeber was tun, das wird denen ja erstmal nicht gesagt. Und bis die das ja auch mal irgendwann merken, das dauert ja auch. AUB-Boss Schelski wird verhaftet. Ihm wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Die Anklage bezieht sich auf seine AUB-Tätigkeit bei Siemens. Dass seine Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Betriebsräte auch bei Aldi die Hand aufgehalten hat, wird durch bei ihm gefundene Akten zufällig entdeckt. Ich denke, dass das Schwarzbuch Aldi durch den Skandal jetzt so ein bisschen die Initialzündung bekommen hat. Das, was beim Schwarzbuch Lidl ja eine Rolle gespielt hat, bei Schlecker schon vor zehn Jahren eine Rolle gespielt hat, kann ja nicht nochmal jetzt gebracht werden, weil Aldi halt die Mutter all dieser Schweinereien ist. Der Motor hinter dem Schwarzbuch Aldi ist der ehemalige Aldi-Kassierer Manfred Bürkern. Ja, nun endlich können wir beweisen, was wir immer vermutet und zum Teil auch behauptet haben. Das ist für uns, wie gesagt, Ostern und Weihnachten zugleich. Wir haben das Eingeständnis, dass wir diese Verräter-Truppe finanziert haben. Eine Gruppe, die sich dafür hergibt, alles zu tun, nur nicht gewerkschaftliche Interessen und Interessen der Kollegen zu vertreten, sondern dem Arbeitgeber gefährlich ist. Das ist ein Punkt, der ist in der Tat zu feiern. Aber okay, das ist ja noch nicht alles. Wir sind sicherlich in der Lage, auch noch mehr Dinge zu belegen. Aber dass Aldi das so freimütig zugibt, wie das ja jetzt geschehen ist, das ist schon in der Tat eine Überraschung und freut uns natürlich, dass sie so in die Ecke getrieben waren, dass sie das zugeben mussten. Sie senden das in einer Dreiviertelstunde. Arbeitgeber sagen ja nicht toll, dass sie da drauf gekommen sind, haben wir ganz vergessen. Oder haben wir übersehen? Nein, nein, Arbeitgeber kennen ihre Interessen und dann müssen sie entsprechend Gegenpositionen bekommen. Und das ist die Aufgabe der Betriebsräte. Denn so, nur diese ARW-Betriebsräte, die wir hier kommentieren, die machen das nicht. Über die Arbeitsverhältnisse darf öffentlich nicht gesprochen werden. Einige Kassiererinnen äußern sich anonym. Der Schwarzbuch-Aldi-Rechercheur ermittelt weiter. Zur Betriebsräte haben sie noch einen Saat mitgebracht, Trillerpfeifen, dass wir nicht zu Wort gekommen sind. Ist ja so, dass im Lager, die mussten ja schon stempeln, wenn sie Pinkel jingen, da mussten sie stempeln. Aber die Zeit haben sie gekriegt, um diese Sachen da zu fertigen, diese Kreuze, den Saat für uns, so, dass sie ewig ins Büro kamen, uns bedrängt haben, die sollen zurücktreten. Die sind einfach reingestürmt. Während der Wahl angepöbelt haben, ja, sie haben uns ja nicht zufrieden lassen, ach, die sind ja bald nicht mehr hier, die sind ja bald nicht mehr hier, endlich haben was geschafft. Kassiererin Evelyn entschließt sich, ihre Anonymität aufzugeben. Das Startsignal, um zu sehen, dass wir WERDI los wären, da ging es los mit diesen Kreuzen, die da waren, mit dem Sarg. Und ich eigentlich ein bisschen entsetzt war. Und dann bin ich auch noch nach vorne gegangen, habe ja einen Hartmann gefragt, was das hier zu bedeuten hat. Ich sage, man hat zu mir gesagt, es soll zur Betriebsversammlung kommen. Und ich sage, man hat keiner was von der Beerdigung erzählt. Groß ist der Spielraum nicht, in dem die ALDI-Kassiererin sich vor der Kamera äußern kann. Kritik zu formulieren fällt nicht leicht, wenn die Familie am Lohn hängt. Aber Ihnen geht es ja in erster Linie um die Kohle, die nicht weg soll, oder? Ich habe sie am Freitag gemacht. Den Verfassern, das Schwarzbuch ALDI, geht es um mehr, um Erfahrungsberichte aus dem Alltag. ALDI-Kassiererin Evelyn wurde in ihrer Filiale überfallen, mit der Pistole bedroht und mit einer Handschelle an ihre Kollegen gefesselt. Nun hat ihr Filialleiter neue Regeln erlassen, wie das Geld zu verwahren ist. Gerade begann sie sich gewerkschaftlich zu engagieren, da wurde der gehbehinderten Kassiererin ein Aufhebungsvertrag vorgelegt. Evelins Kollege Waldemar Sein-Pahl war bei ALDI eigentlich ganz zufrieden. Erst als Gärtner, dann als Packer im Lager, bis er auf der Gewerkschaftsliste für den Betriebsrat kandidierte. Nein, dann kam einer zu mir und sagte, weißt du, Waldemar, es könnte passieren, dass man die mit dem Biesboschleger auf den Koffer hauht. Ich habe gedacht, das gehört nicht richtig. Aber trotzdem, ich bin nicht zurückgetreten, ich habe gesagt, ich bin durch eine bestimmte Gruppe gewählt worden, oder eine große Gruppe, und ich bleibe noch, bis meine Zeit vorbei ist. Nun ist auch Waldemar in Pension, die beiden Gewerkschaftsrentner in der Laubenkolonie. Wie waren das so beim ALDI da zu Gärtnern? Wie es als Gärtner war. Auch, ich hatte meine Ruhe, niemand guckte mir auf die Finger, ich machte meine Arbeit. Abends kam der Geschäftsführer, quatschte und lobte mich, das haben sie schön gemacht. Und der Vorteil war, wenn die Blumen verkauften, also Rosen, Stecklinge und alles mögliche, die nie verkauft werden, hatte ich das Recht, oder die hatten mir gesagt, erlaubt, ich könnte die wegpressen oder pflanzen hier im Garten. Es ist natürlich schön zu sehen, dass du massenhaft Material aus dieser kütischen Zeit bei ALDI gesammelt hast, was ja beweist, was da an Hetze und an Psychoterror letztlich abgegangen ist. Ich konnte früher nicht in Lage kommen, um mit einem Arbeitskollegen als Betriebsrat, Mitglied, mit einem Kollegen sprechen, der ein Problem hat. Da schickten die einen Wachbund hinter mir, auf dem Fahrrad. Sobald ich da stand und ich mit dem Kollegen unterhalte, über sein Problem haben die zugehört. Und dann hieß es, sie müssen auf das Büro kommen. Und das haben wir beobachtet, das haben wir gehört. Ich sage, man, leben wir hier, wenn wir noch in der Stasi-Zeit, der kann doch mit dem Kollegen reden. Ist das verboten? Ja, ich halte den Kollegen weg von seiner Arbeit. Haben Sie denn da Theo Albrecht auch mal getroffen? Lange vorbei, dass Theo Albrecht Waldemar Blumen pflanzen ließ. Keiner kommt hier alleine auf Ideen zu zaubern und sich auf einmal zu sagen, ich denke mir mal ganz alleine was aus. Wer Aldi kennt, weiß Dienst nach Vorschrift, ohne Wenn und Aber. Und wenn es da steht, gilt es für alle. Und nicht umsonst ist jeder Laden gleich aufgebaut, damit sich jeder dort auskennt. Nicht umsonst ist das Büro gleich aufgebaut, damit jeder überall ersetzen kann. Denkst du jetzt an die Hängerordnung? Egal wo was ist, ich sage, bei mir, der musste bei mir einen Bericht schreiben. Musste bei mir einen Bericht schreiben, jeder Bezirksleiter muss einen Bericht schreiben, dass er eine Filiale besucht hat. Musste schreiben, was war nicht in Ordnung. Der ist rumgelaufen, der war verzweifelt. Also ich glaube, er hatte Tränen in den Augen. Und er schrieb, er setzte sich ins Büro und auf dem Büro vor dieser Glasscheibe, vor der Spiegelscheibe, war eine Büroklammer. Fakt war aber eins, dass wenn man aufgemacht hat, das Schubfach, nee rechts, waren hier immer Büroklammern. Und zwar in jedem Laden, bundesweit. Dann hat er reingeschrieben in den Bericht, Büroklammer, nicht an seinem Platz. Und darunter hat er dann noch geschrieben, Staub auf Feuerlöscher. Die Knauserei der Albrecht-Brüder ist sprichwörtlich. Wo sie hinkommen und sei es nach Österreich unter dem Namen Hofer, sollen sie angeblich erst einmal das Licht ausmachen. Eine Kassiererin hat sich einen schweren Rüffel von Karl Albrecht persönlich eingefangen, so sagt man, weil sie in der Toilette zu frühzeitig die Seife auswechselte. Viele solcher Geschichten kursieren, ausbaden müssen sie die Mitarbeiter, auch in den neuen Aldi-Ländern. Schon nach 17 Nationen hat Aldi sein Geschäftsmodell exportiert. Ich bin aktiv gewesen in der Türkei, viele Jahre. Dort gibt es inzwischen den größten Filialbetrieb der Türkei. Das ist die beste Aldi-Kopie, die es in der Welt gibt. Die heißt BIM, B-I-M. Wenn man sich das vorstellt, die ist aus Null entstanden, 1995 und ist heute der größte Filialbetrieb mit 1700 Läden. Das wertvollste Unternehmen im Einzelhandel mit einem Börsenwert von fast zwei Milliarden Dollar. Ja, arbeitet wie Aldi. Bei BIM in Istanbul. Alkohol gibt es hier keinen, als Tribut an den Islam. Neben Coca-Cola die BIM-Eigenmarke LeCola, abgefüllt am Bosporus. Das Aldi-Prinzip auf dem Sprung in die islamische Welt. Der Chef war Aldi-Direktor der Niederlande. Man guckt natürlich nach Aldi, die Organisation, die Bahnanbindung, das Konzept, die Strategie. Das ist alles gleich. Und natürlich, Türkei ist kein Deutschland. England ist auch kein Deutschland. Wenn man Aldi England anguckt und Aldi Deutschland, sieht man auch ein großes Unterschied. So, und ich denke, das was wir hier gemacht haben, das hat Dieter sehr gut gemacht. Weil Dieter war die ersten zwei Jahre Geschäftsführer hier. Dass er natürlich kleine Anpassungen an Kultur, aber im Prinzip kann man sagen, größer und ganzer ist das genau das Gleiche. Also nochmal einfacher gefragt, hinter uns ist die Spiegelscheibe. Die kennt ja jeder Aldi-Kunde, auch auf dem Aldi-Laden. Hier wird uns gestattet, was Aldi nicht erlaubt. Der Blick durch die Spiegelscheibe. Die einseitig verspiegelte Scheibe ist ein perfektes, einfaches und enorm kostengünstiges Überwachungssystem der Kunden und Belegschaft. Ich habe beraten in Polen, ich habe beraten in Mexiko, in Korea, in Chile. Wird es denn irgendwann einen Aldi auch in Afrika geben? Ja, der Präsident von Madagaskar hat sich schon mal dafür interessiert. Aldi erobert die Welt. Während unserer Dreharbeiten in der großen Wirtschaftskrise kommt eine neue Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt heraus. Die Aldi-Brüder überholen, zusammengerechnet mit einem Gesamtvermögen von 42 Milliarden, sogar Bill Gates. Den Läden sieht man das nicht an. Das erste Aldi-Geschäft der Welt brummt nach 50 Jahren immer noch. In Essen. Und haben Sie da mal was Interessantes erlebt hier im ersten Aldi-Laden der Welt? Und haben Sie denn von den berühmten Aldi-Brüdern hier mal jemanden getroffen? Nein, die hat man nie getroffen. Früher hieß das ja auch Albrecht, ne? Umso schlechter es den Leuten geht, umso besser geht es Aldi, lautete das Motto der Mutter von Karl und Theodor Albrecht. Sie kommen aus einer Familie, die sicherlich sparsam sein musste. Und nach dem Krieg hat die Mutter einen ganz kleinen Laden geführt, den sie dann übernommen hatten, die Söhne. Und da muss man sicher sparsam sein, sonst kann man nicht zurechtkommen. Und haben Sie das Aldi-Mütterchen auch mal kennengelernt? Nein, nein, nein. Ich denke, das hat nicht mehr gelebt. Nein, das hat nicht mehr gelebt zu meiner Zeit. Keiner kennt die berühmten Aldi-Brüder. Sie haben mit ihnen gearbeitet. Wie sind die denn so als Menschen? Na, die sind so im Wesentlichen so wie wir. Im Umgang nicht einfach, nicht das, was man sich vorstellt, dass die über allem schweben oder so. Ganz normale Leute. Der Theo kennt gute Witze. Aber immer passend zu einem Thema. Nicht einer, der so wie am Stammtisch alles nur nacheinander heraussprudelt. Sind das spezifische Aldi-Witze? Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich kann Witze nicht gut behalten, sonst würde ich jetzt einem erzählen. Mit Manfred Birkhan vom Rechercheteam Schwarzbuch Aldi unterwegs zu einem, der Theo Albrecht gar nicht witzig fand. Mein Herr zum Arbeitsstag, er hat das Lager besichtigt und ist dann mit mir rumgegangen und fragte mich dann, ob wir auch Unizif haben, also sprich Mäuse. Und da habe ich gesagt, ja, das ist selbstverständlich, dass wir eventuell auch Mäuse haben, aber wir haben ständig eine Unizif-Verkämpfung. Und da hat er dann gesagt, also das Geld dafür könnte ich sparen, denn also ich sollte mal darauf achten, wenn Eier angeliefert werden, dann sollte ich mal mit so einem Ding, ich wusste erst nicht, was er meinte, unter die Paletten gucken. Da habe ich dann gesagt, Sie meinen bestimmten Taschenlampe. Ja, weil dann richtig, die Taschenlampe. Dann leuchten Sie es da mal runter und wenn Sie da so Mäusekülle finden, dann schicken Sie die Paletten, die ganzen Paletten wieder zurück. Und dann hat man auch erklärt, wo man erkennt, dass die Mäuse im Lager sind. Also da würde man am Rand des Lagers, würde man immer am Rand lang laufen, immer am Rand lang. Und wenn da die Fußbunden sind, dann könnte ich da die Mäuse verfolgen, ja. Also Sie hatten ja als Lager leider eh nichts anderes zu tun. Nein, nein. Haben Sie denn den Chef des Unternehmens, Herrn Theo Albrecht, auch mal selber gesehen? Nein, leider nicht. Schade eigentlich. Ich glaube, da hält sich auch ein bisschen versteckt. Den Unsichtbaren hat Aldi-Kassiererin Ingeborg einmal gesehen. War aufregend, weil unser Laden, weiß ich, was hat man, eine Million Umsatz, glaube ich, war das? Das war doch Wahnsinnsumsatz gewesen. Und Theo Albrecht, Gattin und Sohn, die kamen in den Laden. Naja, es war schon ein bisschen aufregend. Aber naja, kurz durch. Guten Tag und... Für mich ist Hard Discount eigentlich nur Kosteneinsparung, Kosteneinsparung. Weil ich kann mich noch erinnern von Herrn Albrecht damals, wenn wir noch persönlich Kontakt haben. Er hat ständig gesagt, wenn ich ihn getroffen habe, hat nie über Umsatz gesprochen, nur, Herr Simons, die Kosten sind zu hoch in Holland. Das war seine... Man sagt ja doch, dass der Theo Albrecht immer auf Höhe seinen Urlaub verliebt. Mischt er sich denn da unters Volk? Oh, das weiß ich nicht. Ich war zwar mal in seinem schönen Kapitänshaus, aber ich habe nicht gesehen, wie er da rumläuft. Nein, das weiß ich nicht. Und ist er da streng bewacht, in seinem Sommerhaus, oder? Das weiß ich auch nicht. Man sagt, er sammelt Orchideen. Haben Sie davon was gesehen? Das ist der Karl, der mit den Orchideen, denke ich, ja. Und Schreibmaschinen sammelt der Theo, ja. Das ist eine schöne Sammlung alter Schreibmaschinen auf seinem Fensterbrett. Wo hört der öffentliche Raum auf und wo beginnt die Privatsphäre? Theo Albrecht gilt als öffentliche Person, was verwundert und so wenig zu seinem verborgenen Lebenswandel passt. Über die Personen Karl und Theo Albrecht wird in der Regenbogenpresse viel geschrieben. Es ist ihr wohl obszöner Reichtum, der die Unsichtbaren so interessant macht, dass sich Paparazzi hier wochenlang auf die Lauer legen. Wie war denn Ihre erste Begegnung mit Theo Albrecht? Das war eine interessante Begegnung insofern, als ich gerade in einem Nebenzimmer von ihm tätig wurde, als er entführt wurde. Das war meine erste Begegnung. Also er war wenige Tage danach wurde er entführt. Und man hat darüber nicht gesprochen, was los war. Er war nicht da. Und es hieß, er sei krank, er wäre erkältet. Und dann haben sich damals schon einige gewundert, weil er nie krank war. Aber dann war er eben drei Wochen entführt. Das war meine erste Begegnung. Und erfahren habe ich es, als ich mein Auto aus der Werkstatt holte und der von der Werkstatt sagte, euren Chef haben sie entführt. Dass vereinzelt Leute angeregt hätten, dass man für ihn sammelt, um das Lösegeld zusammen zu bekommen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand da was gegeben hat. Geschnappt wurden die Entführer schließlich durch ihre Telefonstimme. Wegen Ihrem Bruder. Ist alles klar? Sie können das Geld ja nur hier irgendwo im Kohlenpot in Empfang nehmen. Ja, das ist etwas das Sicherheitsdenken vielleicht von Theo Albrecht oder bestimmt, dass wir eine Regel hatten, dass wir aus der Führung, das betraf Geschäftsführer und Verwaltungsrat, nicht zusammen in einem Auto fahren. Damit wollte man gern umgehen, natürlich, dass zwei gleichzeitig verunglücken. Wir haben auch eine Regel gehabt, was das Fliegen betraf. Ich bin mit Theo Albrecht nach Amerika geflogen, aber wir sind mit getrennten Flugzeugen geflogen. Wenn wir im Hotel waren, das erste, was er sich immer angeguckt hat, war, wo ist der Notausgang. Es gibt ja auch keine Fotos mehr. Aus der Angst vor erneuter Entführung? Ich denke, dass das etwas eine Rolle spielt. Also es ist einmal die Zurückgezogenheit, die die beiden Brüder immer gepflegt haben. Aber ich glaube, es spielte auch dieses eine Rolle, dass man nicht unbedingt wissen muss, wie sehen sie aus. Da sieht man also einen sehr vergnügten Theo Albrecht. Mhm. Er freut sich, dass er endlich mal Boxboy sein darf. Ein Boxboy ist bei Aldi USA ein Hilfsarbeiter, der die Tüten packt. Das ist bei der Gründung Aldi USA... Nein, 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 nein. Das ist ein Unternehmen, an dem Aldi sich beteiligt hat in den USA. Ach, das ist Dredas Joe? Nee, das ist Albertsons. Die Bilder sind ja auch nirgendwo erschienen. Ich habe mich ja daran gehalten, an seine Vorstellung, dass keine Bilder von ihm in der Öffentlichkeit erscheinen. Nur mit wenigen Worten hat sich der Milliardär Theo Albrecht nach seiner Entführung an das deutsche Fernsehpublikum gewandt. In welcher Verfassung sind Sie vorgestern entlassen worden? Also ich habe die Hoffnung nicht untergehen lassen. Ich hoffe, dass sich viel mehr Betroffene trauen, die Wahrheit an die Öffentlichkeit zu bringen. Damit nicht hinterm Berg zu halten, nicht alles zu schlucken und sich einfach zu wehren. Tinas Aldi-Betriebsgruppe. Kassiererinnen und Kassierer wie Peter, der gerade Opfer eines Testkaufs wurde. Ich soll es jetzt beschreiben. Wir haben drei Gänge in unserem Laden und drei Kassen. Und ich stehe zufällig im Mittelgang. Dann war da ein Testkäufer, ein Mann, den sehe ich da stehen, aber ich kannte den nicht. Und auf einmal ist der Kauf beendet und man sagte, das war ein Testkauf. Und dann habe ich das erst gemerkt. Der lief sofort raus aus dem Laden. Der Bezirksleiter kam herein, sagte zu der Kassiererin, machen Sie mal Ihre Kasse zu. Und schob in dem Moment, wo die Kassiererin damit beschäftigt ist, die Kasse zu schließen, den Einkaufswagen zu sich hin zum Packtisch. Und hielt den Griff praktisch so an sich und dann fiel eine Wurst aus dem Ärmel. Die Salami-Pur-Pork. Das ist eine ganz schmale Beispiele. Ich war so baff. Ich war so baff und denke, hast du das richtig gesehen? Oder gehst du jetzt da hin und knallst vor all den Leuten ein und sagst, da haben wir das Dreckschwein. Aber ich war in dem Moment so verunsichert, was ist richtig. Weil, jetzt kommt noch dazu, die Kollegin, die hat gestanden und hat auch in den Wagen geguckt und hat gesagt, da war keine Wurst drin. Eine oder zwei Wochen später erfahre ich, in einer anderen Filiale, war am gleichen Tag, das Gleiche passiert, auch, dass die Kollegin gesagt hat, da war keine Wurst drin. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mehr gemacht. Aber ich habe auch den Betriebsratsvorsitzenden von Aldi Nord angerufen und habe gesagt, finden Sie das gut, dass bei einem Testkopf eine Wurst aus dem Ärmel fällt nach ihr, weil sie die sonst nicht kriegen, die Leute. Auf den Betriebsratsvorsitzenden von der AUB war offenbar kein Verlass. Anderen erging es noch übler. Ich war an der Kasse, hatte dann einen Sack Kartoffeln auf dem Band, einen Fünf-Kilo-Sack und darunter war eine Kiwi eingeklemmt. Und da ich den, man soll ja eigentlich auch die Säcke anheben, habe ich wahrscheinlich nicht gemacht, ich habe sie geschoben. Und dann ist es passiert, dass ich dann praktisch den Testeinkauf durchgefallen bin. Sie haben Jahrzehnte, könnte man ja sagen, in diesem hellblauen Kittel kassiert. Jetzt sind Sie nicht mehr hellblau, jetzt sind Sie dunkelblau. Und zwar dunkelblau ganz und der Kragen ist hell. Genau umgekehrt die Farben. Viel schöner, viel freundlicher, die neuen Kittel. Ein Vorteil hat es auch noch, man kann den Geistverschluss jetzt ganz aufmachen, was vorher nicht war. Nachteil kann ich immer noch sagen, man muss immer noch die Namensschilber selber annähen. Und noch einen Nachteil hat das, wenn man, man kriegt zwei Kittel pro Jahr gestellt von der Firma. Wenn man noch einen zu haben will, durch Verschleiß oder die wäre nicht mehr richtig sauber, muss man die immer aus eigener Tasche bezahlen. Das finde ich eigentlich ein bisschen traurig. Man soll ja immer freundlich, nett, gut angezogen sein an der Kasse, sauber sein an der Kasse. Und wenn man nur zwei Kittel im Jahr kriegt, ist es ein bisschen traurig. Ist denn die Aldi-Verkäuferin eine besondere? Ja, sie unterscheiden sich durchaus ein bisschen von anderen. Also einmal dadurch, dass, was durchaus richtig ist, dass ihre Arbeit, ja früher hat man gesagt, härter ist als bei den anderen. Und dass sie, ja vielleicht mehr tun muss. Sie muss an der Kasse sitzen. Sie muss aber auch die Kartons in den Regalen oder auf den Paletten verteilen. Und leere Kartons mitnehmen und auch sauber machen. Insofern muss sie schon bereit sein, mehr zu tun, als nur irgendwo zu sitzen und auf den Kunden zu warten. Dafür kriegt sie mehr Geld. Und bei, nirgendwo wird im Einzelhandel so viel gezahlt wie bei Aldi. Und eines, finde ich, ist dabei auch zu beachten, der Tag bei ihr geht jetzt schon vorbei. Und bei vielen anderen dauert der Tag ziemlich lange, wenn man zwischendurch nicht beschäftigt ist. Ich habe da Spaß dran gehabt. Ich wusste ganz genau, die Leute kommen rein mit schlechter Laune und gehen mit guter Laune. Ich habe dann den Dr. Sommer gemacht, fand das auch ganz toll. Und, ja, das war mein Ein und Alles eigentlich. Das war voll mein Ding. Kann man so sagen. Und lernen denn die Aldi-Kassiererinnen die Freundlichkeit sozusagen im Seminar oder ist die echt? Also meine war echt und ich weiß nicht, ob man sowas spielen kann oder nicht. Also mittlerweile ist es ja leider so, dass die Kassiererinnen gar nicht mehr freundlich sein sollen. Man sagt ja, Aldi spart am Licht und hat immer so billige Lampen. Ja, gut, die haben ja ihre Notbeleuchtung ja noch. Da sind keine Handschuhe. Sie trägt noch nicht mal Handschuhe. Man stinkt nach Bier. Jetzt ist es wieder alles in Ordnung. Jetzt leuchtet da oben der grüne Streifen. Jetzt kann der Kunde weiter. Ja, richtig. Probleme haben wir eigentlich immer mit der Heizung gehabt. Im Winter. Also es war immer richtig kalt in der Kassenbox. Früher hatten wir dann immer so Heizmatten gehabt, aber die wurden dann auch entfernt. Dann hatten wir jetzt so einen Ventenator, wo man dann so mit der Heizung, ich glaube, die ist auch oben an der Decke irgendwo, die funktioniert dann auch manchmal nicht richtig. War das denn Teil des Systems, das an der Heizung gespart wurde? Ich würde schon sagen, ja. Die Kassiererin hat ein Tagebuch über ihre Erlebnisse geschrieben. Sie haben sich geweigert, bei Aldi die Fenster zu putzen. Warum? Ja, und zwar draußen standen die Einkaufswagen und wir sind auf die Einkaufswagen drauf gestiegen, um oben mal an die Ecken rauszukommen. Die Scheibe ist ja ganz schön hoch. Ja. Das war Ihnen also zu hoch, da oben zu putzen? Ja, richtig. Da ich mir mit dem Höhe nicht so gut kann, dann habe ich mir gesagt, da steigst du dann nicht auf. Ich habe natürlich, was unten ist, Kassen, Kassen, innen hier Eingang und Ausgang, das habe ich schon gemacht. Aber das mussten wir alles selber tun. Ist das wirklich System, dass die Kassiererinnen die Scheiben putzen müssen? Ja. Jeder kam mal dran. Ich erinnere, dass ihr sogar aus privater Kasse Scheibenreiniger gezeigt habt. Ja, das ist einmal vorgekommen, weil wir sagten, das ist auch, die Zeit war nicht da. Und da hatte eine Kollegin vorgeschlagen, Mensch, ich kenne einen Fensterputzer, der würde uns mal einmal im Monat die Fenster putzen, aber das müssen wir aus eigener Tasche bezahlen. Das war ja fast, wie meine Frau schon gesagt hat, eine zweite Ehe. Und ich kann das nur bestätigen, das war keine zweite, das war oftmals die erste. Wenn das Telefon ging und es war Aldi dran, dann war sofort Alarm im Haus. Dann wurde auch sofort sich umgezogen, ins Auto gesetzt und geholfen. Müssen denn die Kassiererinnen auch die Filialen putzen? Man sieht dort selten Putzkräfte. Ja, sie müssen selber putzen. Es ist immer eine Diskussion gewesen, gerade was die Toiletten betrifft. Nun sind das ja keine Kundentoiletten, sondern nur die Toiletten der Mitarbeiter. Das ist immer, und gebe ich zu, ist ein unangenehmes Thema, würde mir auch nicht Spaß machen. Um den Blick des Rechercheteams zu weiten, ist Achim Neumann zum Europaparlament gefahren. Wie war denn die Reise nach Brüssel? Aufregend. Aufregend deswegen, weil ich dort mit sehr vielen Leuten zusammengetroffen bin, die ähnliche Probleme hatten, wie ich sie hier aus Deutschland kenne. Das heißt, wir haben dort übereinstimmend festgestellt, dass im Europa des Kapitals zunehmend mehr prekäre Niedriglohnjobs um sich greifen und Formen der brutalen antigewerkschaftlichen Maßnahmen genauso dort aktiv sind. Wir haben ein Ergebnis. Dieses Ergebnis bedeutet, dass das Europaparlament sich mit dem Machtmissbrauch von Lebensmittelketten auseinandersetzen muss. Diesen quasi Antrag, dass es das soll, wurde von 439 Parlamentariern, das Europaparlament ist, unterstützt. Damit muss sich das Parlament auseinandersetzen. Der Prozess läuft noch. Wesentlich mehr ist im Moment leider noch nicht dabei rumgekommen. Wie haben die Europaparlamentarier reagiert, als die Gewerkschafter dort aufgetreten sind? Ich möchte mal sagen, sie haben verschämt reagiert. Es braucht da zwei, drei, vier, fünf ganz viele Versuche. Aldi ist ein Konzern. Und ein Konzern guckt ja immer nur von oben. Das heißt, in die kleinen Bereiche der Kassiererin, nehmen wir mal an, guckt der gar nicht so genau. Der will profitabel und schnell sozusagen umsetzen. Wissen Sie, dass die viel mehr verdienen als alle anderen Kassiererinnen in anderen Läden? Ja, das glaube ich sogar. Das müssen Sie auch, weil nämlich das, was die hier leisten, könnte ich schon mal gar nicht. Ja, aber haben Sie mal gefragt, ob Sie sich wohlfühlen dabei? Kriege ich eine ehrliche Antwort? Ja, bestimmt. Gucken Sie mal, wenn eine nach Hause geht. Fragen Sie mal. Leichter gesagt als getan, denn Aldi-Kassiererinnen haben viele sogenannte Grau-Überstunden zu leisten. Unbezahlte Mehrarbeit bis in den späten Abend hinein. Wir stehen vor der Tür und warten. Wir schauen vom Bürgersteig in den Laden hinein. Die Aldi-Kassiererinnen schauen heraus. Videoüberwachung zeigt ein großes Schild im Eingangsbereich. Wir halten einen Zettel hoch. Bitten so um eine Drehgenehmigung. Ich nehme nur dieses Schild auf. Ich nehme dieses Schild auf. Achtung, Videoüberwachung. Im Raum Frankfurt, im Reiche Karl Albrechts. Im Süden. Gibt es da eine Videoüberwachung? Im Lernen? Ja, natürlich. Natürlich ist gut. Ja, natürlich. Ja, die beschreiben das. Fand ich halt auch einen Fall, wo ich weiß, da war eine Kassierer. Die hat sich dann umgezogen im Personalraum. Da hing auf einmal da oben in der Decke so ein ganz kleines Kabel. Das zieht an dem Kabel. Guck dir mal, da kommt eine kleine Kamera raus. Ach ja. Bingo. Sie wollen sich nicht offen dazu äußern, wovor haben die drei Aldi-Filialleiter solche Angst. Meine große Angst ist auch immer, wenn ich Pause mache. Der Pausenraum ist immer weit von der Kasse entfernt. Und wenn da zwei sich einig sind, und wir sind ja meistens zwei oder mal drei, dass die in die Kasse gehen, da Geld rausnehmen, zumachen und ich kriege das nicht mit. Das ist meine größte Angst. Ich versuche, dass meine Kasse immer stimmt und ich schaffe es von fast immer, dass ich eine Null habe, keine Differenz, oder mal 1 Cent oder mal 50 Cent. Und das nach 35 Jahren Aldi. Man könnte zum Beispiel, so war es konkret, eine Scheibe Lachs in den Spind durch die Lüftungsschlitze durchschieben und dann mit dem Bezirksleiter zusammen eine spontane Spindkontrolle durchführen. War für mich klar, dass ich das überhaupt nicht mache. Man sagte einfach nur, das ist Vertrauensbruch und man legte mir einen Aufhebungsvertrag vor. Und da ist der Bezirksleiter an mir vorbeigeschossen und hat den Ladenschlüssel abgezogen und sagte, bevor das hier heute nicht unterschrieben ist, kommen Sie hier auch nicht raus. Ich habe dann die Telefonnummer von meinem Freund angerufen im Taxi. Ich sagte, ich bin hier eingeschlossen. So, und er hatte dann natürlich gesehen und hat natürlich die Polizei, also über Funk, die Polizei gerufen im Sinne, dass es eben ein Überfall oder wie, oder wie. Also nicht direkt Überfall, hat er gesagt, sondern da spielt sich irgendwas ab im Geschäft, dass die bitte drinnen kommen möchten. Die haben mir Ladenschlüssel, Tresorschlüssel abgenommen, ich mit meinem Einkauf raus. Die haben zugeschlossen, sind in ihre, in ihre, damals waren das, glaube ich, schwarze Audis, ins Reingestiegen und haben ein Jassi gegeben. In dem Moment kam auch die Polizei und Kripo von allen Seiten, ja, mit der Waffe im Anschlag, wo was sei. Ich sagte, das und das ist gerade passiert, wo sind die langgefahren. Ich sage, das ist meine eigene Geschäftsführung. Aber der Anruf, denke ich, ist bestätigbar. Die Tatsache, dass du nicht rauskommst, ist bestätigbar. Lagerleiter Wolfgang Althaus sollte Kassiererinnen ausspionieren. Wenn ich jetzt so an Krankenbesuche denke, die gemacht werden, die wurden ja nicht gemacht, weil man sich um die Leute gesorgt hat, sondern die wurden gemacht, um die Leute gesund zu bieten. Es war teilweise so, dass die wurden unter Druck gesetzt. Ich habe damals mich als Bezirksleiter, ich war ja, Krankenbesuche zu machen. Und da habe ich gesagt, ich mache diese Krankenbesuche nur, wenn ich den Mitarbeiter vorher anrufe und ihnen davon eine Kenntnis setze, dass ich komme. Den weißen Kittel des Filialleiters trug unser Informant. Und wenn die Leute nicht von selber gehen, und das machen sie ja nicht, dann muss dem Nachdruck verliehen werden. Und Nachdruck funktioniert nur durch den Filialleiter, durch den, der vor Ort ist. Das ist jetzt ja das Schöne, selber haben es die Jungs ja nicht drauf. Selber sagen die Bezirksleiter, ho, 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 wir haben da nichts gemacht. Da hat jetzt vielleicht der Filialleiter überreagiert, ja, und dann tauschen sie noch den Filialleiter aus, nachdem er ihn noch entsorgt hat. Das ist, das ist... Der weiß dann zu viel, der weiß dann zu viel, und dann ist er auch eine Belastung. Ganz genau. Und so wie die Spitze ist, oder der Anfang ist, mit einer Mitarbeiterin loszuwerden, so schnell hat man es gesehen, wie ein Geschäftsführer sein Verkaufsleiter eben auch irgendwann los wird. Also ersetzbar ist alles. Und ich sag mal, das Ende der Kette bei Firma Aldi sind nun mal die Albrecht-Brüder. Mit ihrer kalkulierten Verdunklung haben sich die Brüder Karl und Theodor Albrecht über fünf Jahrzehnte der Kritik entzogen. In dieser Zeit wurde viel Handelskultur zerstört. In den Altberliner Basarmarkt zog Aldi mit Trennwänden ein. Nur unterm Strich ist die Schönheit eben der ursprünglichen Markthalle dadurch sehr eingeschränkt, beziehungsweise verliert auch diese Schönheit. Auf seinen Streifzügen umkreist Manfred Birkern den Laden. Material für das Schwarzbuch sammelt er als Redakteur der Berliner Aldi-Betriebszeitung. Die Nummer 1, Mai 77. Damals hatten wir das Teil ja noch Aldi-Presse genannt. Aldi hat uns das dann untersagt. Ja, Brickle Stift und Schere sind nach wie vor ganz wichtige Instrumente hier bei unserer Stellung. Manche mögen sagen, das ist ja von gestern, aber was soll's. Lieber von gestern als gar nicht. Aber am 4. Februar um 20.31 Uhr schreibt jemand, guten Abend, wir haben Post von Verdi in unserer Filiale von Aldi bekommen und dadurch habe ich ihre Adresse. Ich wollte Ihnen ein paar Sachen erzählen, die mir so bei Aldi passiert sind. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr bei Aldi. Ein Azubi schreibt anonym per Internet. Diese Quelle kann das Rechercheteam Schwarzbuch Aldi nicht verwerten. So groß die Not des Azubis auch ist, es fehlt Name, Adresse, Uhrzeit. Fahrt hinaus zu einer Aldi-Betriebsversammlung in Berlin. 600 Kassiererinnen, Lagerarbeiter, Brummifahrer und ihre Familien sollen sich hier treffen. Ein geplantes Aldi-Volksfest. Die Betriebsversammlung müsste eigentlich viermal im Jahr stattfinden, doch bei Aldi gibt es nur eine. Damit da alle mitspielen, korrumpiert Aldi die Mitarbeiter mit einem Sommerfest. Vor Beginn der Veranstaltung, in der großen Halle, in der die Aldi-Mitarbeiter erst tagen und später feiern, legt Manfred das Sonderangebot aus. Im Hinausgehen erhaschen wir den Disco-Hit jeder Aldi-Betriebsversammlung. Doch der Schein trügt. Aldi ist ein Unternehmen ohne Gesangs- und Kegelvereine und in den Läden wird jede Musik gespannt. Es zählt ganz allein das Sortiment. Die Aldi-Brüder stellten fest, dass sie gar kein großes Sortiment brauchten, um viel Geld zu machen. Denn die Kosten waren verglichen mit anderen Betrieben sehr niedrig, gerade weil sie ein so kleines Sortiment hatten. Die Kunden kamen trotzdem in Massen und zwar deshalb, weil die Brüder ein sicheres Lockmittel hatten. Sehr niedrige Preise. Albrecht erklärte damals in dem einzig öffentlich überlieferten Vortrag, Wollten wir dem Kunden keine Auswahl bieten, so mussten wir ihm zumindest einen anderen Vorteil bieten. Wir verkauften fortan unsere Ware entschieden billiger. Gespart wurde dafür an allem anderen, sogar am Telefon in der Filiale. Das Sortiment betrug anfangs nur um die 250 Artikel. Spartanisch war die Werbung und nicht zuletzt auch die Warenpräsentation. Was in Albrechts Vortrag aus dem Jahr 1953 in dem schönen Satz gipfelt, Dekorationen im Laden werden nicht ausgeführt. Marktplätze sind die ältesten öffentlichen Orte der Menschen. Erst die Mutter der Discounter, Aldi, hat aus dem Handel ein verschwiegenes Gewerbe gemacht. Was gibt es hier zu verbergen? Ist es wirklich nur, dass der Pyrenäenkäse nicht aus den Pyrenäen kommt? Eine Filialeiterin beweist Wut, packt aus. Aber auf der anderen Seite, die ganzen defekten Anziehsachen, die wir alle haben, im Laden, im Lager, die sollen wir wegschmeißen. Das sind hunderte Tiefkühlkassen. Das können wir alles nicht mehr abschreiben. So holen sie einen Kümmel aus dem Käse, wenn eine Kassiererin oder ein Pia-Leiter falsch was macht. Aber auf der anderen Seite tun wir Sachen wegschmeißen ohne Ende. Diese topmodischen Gummilatschen weisen keinerlei Herkunftsbezeichnung auf. Nicht einmal das Land ist vermerkt, aus dem sie kommen. Aldi hat Gründe, die Herkunft der Waren zu verdunkeln. Die Kampagne für saubere Kleidung hat sich mit den Produktionsbedingungen für die Aldi-Kleidung in der dritten Welt beschäftigt und inszeniert die Rechercheergebnisse als Straßentheater-Übernäherin. Made in Thailand! Diese Arbeit ist dreckig! Sie arbeitet auch, wenn sie krank ist. Sie macht Überstunden und wird nicht schwanger. Sie arbeitet für 35 Euro im Monat. Sie ist fleißig. Ich nenne sie Biene. Made in Thailand! Und Einkaufswagen-Rallye nennen die Akteure von der Kampagne für saubere Kleidung die Protestaktion, die schon über die Bühne sein muss, wenn der schwarze Audi des Aldi-Chefs um die Ecke biegt. Aldi Nord und Aldi Süd beuten aus die Arbeitsflüge! Aldi Nord und Aldi Süd beuten aus die Arbeitsflüge! Der Aldi-Chef, der sich vor der Kamera nicht dazu äußern möchte, vertreibt die mutigen Damen vom Aldi-Parkplatz. Wir möchten einfach auf die miesen Arbeitsbedingungen hier für die Mitarbeiterinnen bei Aldi, aber auch bei allen anderen Discountern aufmerksam machen und gleichzeitig auf die Situation der Arbeiterinnen, die für die Discounter produzieren in den Ländern des Südens, wie China, Indonesien, Bangladesch, wo die Arbeiterinnen in Bangladesch gerade mal 30 Dollar Lohn bekommen für einen Monat Arbeit, für einen 14-Stunden-Arbeitstag und ähnliches. Das ist katastrophal und dagegen möchten wir was tun, beziehungsweise darauf aufmerksam machen. Weil die Aldi-Läden vor allem auf dem Land immer länger geöffnet haben, können sich die Beschäftigten hierzulande nur am Sonntag treffen. Ich habe mir immer im Sommer die Haare ganz kurz geschnitten, so wie dieser junge Mann. Und plötzlich hieß es, ich sei Faschist. Ich hätte eine Glatze und es wäre für eine Frau nicht sozial adäquat, mit Glatze rumzulaufen. Da bin ich wieder suspendiert worden. Die haben auch noch unerlaubt Fotos gemacht. Frau Köppen, die Personalchefin, hat sich herabgelassen und ist in die Verkaufsstelle gekommen, um dieses Foto zu machen. So, der vorsitzende Richter hat dann gesagt, guck mal, das geht zu weit. Schauen Sie mal hier, meine Kopfhaut. Sie haben sich dann darauf verständigt, dass ich im Durchschnitt die Haarlänge nicht um ein Zentimeter... Deine Haarlänge soll im Durchschnitt ein Zentimeter betragen. Das bedeutet, ich kann die Haare tragen, wie ich möchte. Sabine blieb noch relativ gelassen, ging vor Gericht und gewann. Doch diese Kollegin wurde von ihrer Filialleiterin ausgezählt. Ich hatte das nie gedacht, dass das jemand schafft, weil ich war eigentlich immer recht stark und habe auch viel geschluckt und eingesteckt, allerdings auch verteilt. Und, naja, innerhalb von fünf Werktagen hat diese Frau das geschafft, mich dermaßen niederzumachen. Dazu muss ich sagen, ich habe im Normalfall einen Nasenstecker und ich bin tätowiert auf dem Oberarm, habe da so eine kleine Hexe drauf, mich eben. Und Kassiererin Gritt wurde von ihrem Betriebsleiter beschattet. Wenn ich runtergegangen bin, ich habe mich umgeguckt, ob irgendwo das Auto von dem Dödel steht oder... Ja, haben Sie direkt tief auf den Hals gehetzt. Ja, also, total bescheuert. Der Konzern veröffentlicht keine Zahlen. Es lässt sich aber leicht an beiden Fingern zusammenzählen, dass jede unentgeltlich geleistete Überstunde ein Plus für die Aldi-Brüder bedeutet. Eine Woche im Monat arbeiten wir sonst bei der reichsten Familie Deutschlands und Europas. Ist das normal? Nein. Könnte ich schon hochgehen, wenn ich dran denke, nach 35 Jahren, ja? Stempeluhren wäre das Beste. Stempeluhren im Verkauf wäre das Beste. Wer Kaisers gibt, warum geht das bei Aldi nicht? Er langt überall Stunden auf. Es machen ja immer mehr bis 22 Uhr auf und das verteuert das natürlich, ne? Denn bis 22 Uhr 55 Prozent zu zahlen, das ist natürlich viel, ne? Und da werden die dranbleiben, da bin ich mir sicher. Im Verkauf haben wir keine Zeiterfassung. Wir hatten kurz eine durchgesetzt. Allerdings hat der AUB-Betriebsrat die jetzt wieder abgeschafft. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und die Kollegen sind, wie ich heute Morgen schon dem Personalverwaltungsleiter mitgeteilt hatte, teilweise über 13 Stunden im Einsatz und dürfen die Zeit sicher aber nicht aufschreiben, die sie mehr gearbeitet haben, damit das nicht auffällt. Und diese graue Arbeitszeit erstellt sich natürlich auch durch durchgemachte Pausen, dass man eine Stunde eher kommt, eine Stunde länger bleibt und keiner weiß, dass es geschehen ist. Und Hunderttausende, die ich nicht an Lohnsteuern bezahle, die ich nicht an Sozialabgaben bezahle. Und das ist ja Rattenschwanz. Und das ist für mich, ist es andere Leute, die keine Steuern zahlen oder veruntreuen, die werden dafür bestraft. Und da wird es legitimiert, indem man sagt, naja, ich werde nicht dekommitiert. Also teilweise sind Auszubildende dann den ganzen Tag an der Kasse und die Filialleiterin eben dann oder die Vertretung im Laden. Und das bringt natürlich eine Menge Probleme mit sich, dass auch die Auszubildenden bei uns nichts lernen. Aldi ist ein Laden, in dem die Beschäftigten selten alt werden. Die Kassiererinnen nicht und auch nicht die Betriebsräte. Bernd Westermann tritt zurück. Seine Frau macht als freigestellte Aldi-Betriebsrätin weiter. Gibt es in der Filiale zu viel Ärger, reißt Aldi den Laden bisweilen einfach ab und baut daneben ein neues Geschäft mit neuer Belegschaft. Wissen Sie, was dann aus den Kassiererinnen wird? Kommen die in den neuen Laden auch? Woher er das wissen solle, meint der Polier. Hier ist die Antwort. Der abgetragene alte Kittel einer Kassiererin, die nicht übernommen wird. Sehr geehrte Frau Danjenicke, wir kündigen Ihr Arbeitsverhältnis wegen Schließung einer Verkaufsstelle. In den ganzen umliegenden Läden haben Sie aufgeschrieben, wie wir brauchen jemanden. Ja, genau. Aldi ist im Laufe eines halben Jahrhunderts zum größten Immobilienbesitzer der Republik geworden. Längst bekommt Aldi nicht mehr genug Baugrund genehmigt und richtet sich sogar in alten Kinos ein. Ich mochte am Anfang auch gar nicht mit der Aldi spazieren gehen. Das war mir immer so ein bisschen peinlich. Aber momentan habe ich in den ganzen Jahren erlebt, dass doch, ob das, es sind sogar Millionäre, die kommen mit einem Mercedes angefahren, gehen da einkaufen, weil das Preisverhältnis stimmt. Gegen andere Läden. Aber hier auf St. Pauli waren es ja ursprünglich nicht die Millionäre, die hier gekauft haben. Nein. Wer kam denn da aus? Ja, man kann sagen, von Alkoholiker bis zum Zuhälter, also wirklich aus der, die auch wenig, sagen wir mal, nichts auf der Naht haben. Und es war auch so ein Publikum, die sind da reingegangen, sind im Laden gewesen, haben da nur eine Dose Bier geholt. Herr Brandes, Ihr Buch, die Aldi-Diät, können Sie ja nur schreiben, weil Sie den Aldi-Konzern verlassen haben. Sonst müssten Sie schweigen, die Erfolgsgeheimnisse. Ja, ja, ja. Warum sind Sie denn ausgeschieden? Ja, mir ist immer wichtig, dass alles um mich herum gut passt und dass ich voll zufrieden bin mit den Dingen. Und da gab es, ja, durchaus Differenzen mit Kollegen und in der Führung. Ich fühlte mich nicht mehr so wohl dort. Das hat nichts im Grunde mit Aldi und mit dem System zu tun, sondern einfach auch mit mitmenschlichen Dingen. So, dann habe ich gesagt, dann gehe ich da raus, ich habe da keine Lust mehr zu. Und hatte die Idee, ich gehe nach Holland für Aldi und werde dort Hauptgeschäftsführer in Holland und leite eine der Regionen in Holland. Und das haben wir alles gut eingefädelt. Und zum Schluss habe ich dann mit Theo Albrecht besprochen, welche Kompetenzen wir denn in Holland haben. Und habe gemeint, wir müssen selber darüber entscheiden, ob wir in Holland Butter führen oder nicht. Und da war die Meinung, in Essen, nee, also das müssen wir in Essen entscheiden. Da hatte Theo sich die Butter nicht verboten. So kann man das sagen. Und da habe ich gesagt, denn mache ich da nicht mit. Das Gerücht ging rum, dass irgendjemand in den Niederlanden bei Aldi irgendein Ding furchtbar an die Wand gefahren hat. Das sollte furchtbar viel Geld gekostet haben. Ich glaube, die Rede war von 200 Millionen Euro oder D-Mark war das da. Und aufgrund dieses Malheurs musste überall bei Aldi eingespart werden. Und deswegen sollten alle Mitarbeiter runtergestuft werden, Zwangs runtergestuft werden, um dieses Geld wieder reinzuholen. Doch. In Holland gibt sich Aldi national, ja, beinahe königstreu. Sein deutsches Wesen versucht Aldi zu verbergen und passt sich der Region an. Sogar Kuhmist in Eimann wird dort vermarktet. In Eindhoven wurde gerade diese funkelnagelneue Filiale eröffnet. Sprechen Sie deutsch? Ein bisschen. Ich möchte gerne mal wissen, wie in Holland über Aldi gedacht wird. Über Aldi. Und was denken Sie über die Arbeitsverhältnisse bei Aldi? Ist gut. Und warum denken Sie, dass die gut sind? Die Arbeitsverhältnisse im Laden seien gut, meint die Aldi-Kundin. Immerhin gäbe es genug Platz zwischen den Regalreihen. Für Aldi ist Holland ein ergiebiges Expansionsgebiet. Unruhe und Gewerkschaften in den Läden versucht Aldi hier von Anfang an zu bekämpfen. Für Manfred Birkhan vom Rechercheteam Schwarzbuch Aldi ein Grund nach Eindhoven zu reisen. Verbindungsmann Henk van der Waal holt uns vom Bahnhof ab. Wie geht's? Kleine Verspätung. In Holland ist er mit seinem Tomaten-Suppen-Mobil bekannt, macht für die Sozialistische Partei mit seinen roten Suppen Reklame. Moment mal. Henk van der Waal mobilisiert gerade Unterstützung für eine Aldi-Kassiererin, die in Eindhoven vor Gericht steht. Hier ist ein Aldi-Laden. Das ist der Laden, wo sie gearbeitet hat. Hier hat Majolaine von Mierloh gearbeitet und sich für die Verbesserung der Arbeitsverhältnisse eingesetzt. Ihr Kampf zeitigte erste Erfolge. In ihrer Eindhovener Filiale wurde von Aldi die graue Mehrarbeit reduziert, doch Majolaine selbst wurde gekündigt. Auf sachliche Art und Weise bin ich damit beschäftigt, die überzählig geleisteten Stunden, die Mehrarbeit, die Stunden nach Feierabend zusammenzurechnen. Damit ich das Geld dann von Aldi zurückerstattet bekommen kann. Der Anwalt prüft das dann nach. Hat Aldi dir inzwischen etwas angeboten? Ja. Wie viel war das am Anfang? 7.000. 7.000. Majolaine von Mierloh hat die Personaleintragungslisten beschafft, um die Mehrarbeit für Aldi zu berechnen. Dabei machte sie eine Entdeckung. Ihre Unterschrift ist offenbar gefälscht worden. Marjolaines echte Unterschrift und die gefälschte. So hat sich Aldi Holland offenbar gratis Arbeitsstunden von der Kassiererin erschlichen. Das Gericht soll das prüfen. Wir bekommen eine Drehgenehmigung für den Prozess. Doch die Aldi-Vertreter wollen im Gerichtssaal nicht erkannt werden. Die graue Mehrarbeit bei Aldi in einem holländischen Gerichtssaal. Der Konzern bietet der Kassiererin eine überraschend hohe Abfindung von 40.000 Euro an. Und Majolaine von Mierloh willigt ein. Zurück aus Holland werden die Ergebnisse der Reise von den Aldi-Investigatoren debattiert. Es gab da auch ein Gerichtsverfahren und sie haben gewonnen. Es gibt dann einen neuen Arbeitsvertrag, wo dann lachenderweise gesagt worden ist, es wäre noch ein Punkt hinzugekommen, den man angeheuzen kann als FIA-Leiter, dass sie sich wünschen, mehr arbeiten zu dürfen. Das könnte doch so etwas sein, dass im Jahresmittel eine bestimmte vertragliche Stundenzahl erreicht sein muss. Naja, das könnte so einen Hintergrund haben, haben wir aber so nicht erfahren, sondern es ging halt um diese Vertragsgestaltung und sie hat, entschuldigt. Es gab ja vor einiger Zeit mal im Aldi-Markt auch die Aldi-Bibel. Kann man denn sagen, dass die Aldi-Brüder religiös sind? Sind sie sehr christlich eigentlich? Ja, sind katholisch und sind zur Kirche gegangen, soweit ich weiß, regelmäßig. Die Arbeit am Schwarzbuch Aldi geht weiter. Einige der Betriebsräte wurden von Aldi abgemahnt oder entlassen. Die Reihen haben sich gelichtet. Einer vom Rechercheteam, Peter Gatzekowski, saß immer still im Hintergrund. Plötzlich ist er gestorben. Am Arbeitsplatz. Im Aldi-Lager Großbeeren. Zwei Stunden lag er tot, etwas achtlos beiseite gelegt. Ja, also da gab es schon Ärger, wie das tut. Ja, bei der Betriebsversammlung mit anschließendem Betriebsfest. Da hat der von Verdi, der Manfred Birkham gesprochen. Da hat er gesagt, dass er zusammen mit dem Peter an einem Schwarzbuch für Aldi arbeitet. Und das war an dem Sonntag vor der Betriebsversammlung. Und dass er ihn da zum letzten Mal gesehen hat. Und dass der Peter ihm damals gesagt hat, dass es ihm nicht gut geht und dass er krank ist. Aber er traut sich nicht zum Arzt zu gehen und sich krank schreiben zu lassen, weil er dann wieder ins Büro zu dem Alten gerufen wird. Also hat er versucht, weiter zur Arbeit zu gehen, ohne dass er zum Arzt gegangen ist. Ich habe das Recht, an einem bestimmten Punkt, wo sie mir an die Wäsche wollen, zu sagen, tut mir leid, ich unterbreche jetzt das Gespräch. Du begehst keine Arbeitsverweigerung. Du bist nicht zu disziplinieren, weil du in einer Situation dich sozusagen nicht mehr sicher gefühlt hast und das Gespräch beenden musstest. Die Autoren können nur eindringlich an den Konzern appellieren, von Repressalien gegen unsere Interviewpartner abzusehen. Manche Namen mussten wir aus redaktionellen Gründen ändern. Einige unserer Protagonisten wurden entlassen, andere gegen Abfindungen ruhig gestellt. So hofft Aldi, seine Geschäfte künftig ungestört abwickeln zu können. Wie Theo Albrecht nach seiner Entführung erklärt hatte, man darf die Hoffnung nicht untergehen lassen. Bis zum nächsten Mal.